Als eine Frau ein ausgesetztes Kätzchen entdeckt, macht sie sich Sorgen, dass es nicht aufhören wird zu weinen. Doch als sie es zum Tierarzt bringt, entdeckt sie etwas Schockierendes. Als Tierliebhaberin ging Katie das Herz auf, als sie über ein winziges, rotes Kätzchen stolperte, das unterhalb eines Busches versteckt war. Es war so winzig und wenn es nicht so laut und unaufhörlich geschrien hätte, wäre Katie einfach vorbeigegangen. Das Kätzchen sah verloren aus und hatte offenbar schon mehrere Stunden lang sich versteckt. Das verzweifelte und winzige Miauen rührte Katie an ihr Herz und drängte sie nachzuforschen. Ohne zu zögern bückte sie sich, hob das zitternde Tier vorsichtig auf und nahm es in den Arm. Zum Glück schien es keine Angst zu haben. Als Katie das Kätzchen näher an sich heranließ, bemerkte sie, dass sein Fell verfilzt und schmutzig war. Seine smaragdgrünen Augen waren vor Angst geweihtet, doch in ihnen schimmerte auch ein Hauch von Vertrauen. Das arme Ding muss hungrig gewesen sein, denn seine winzigen Rippen waren durch das dünne Fell zu sehen. Trotz der offensichtlichen Erschöpfung des Kätzchens schnurrte es leise, als Katie sein weiches Fell streichelte. Als sie das Kätzchen eng an ihre Brust drückte, fühlte Katie sofort eine Verbindung. Etwas so Kleines sollte kein Leben in Angst und Verlassenheit führen. Entschlossen dem Kätzchen eine Chance und ein liebevolles Zuhause zu geben, beschloss Katie, es über Nacht mit nach Hause zu nehmen. Es war klar, dass dieses ausgesetzte Fellknäuel alleine nicht lange überleben würde. Sie wusste, dass es nicht nur ein Akt der Nächstenliebe war, sondern auch eine Verantwortung, der sie sich nicht entziehen konnte. Und als Tierliebhaberin gab es nichts Schöneres als ein kleines Tier, um das man sich kümmern konnte. Auf dem Heimweg weinte Nolan, wie Katie ihn liebevoll genannt hatte. Seine Augen waren geschwollen, Tränen überströmt, als hätte sie ein richtiges Trauma hinter sich. Die herzterreißeten Geräusche hallten die ganze Nacht über durch die ruhige Nachbarschaft, während Nolan sich an Katies Brust schmiegte. Sein winziges, aber beständiges Miauen zerrte an ihren Gefühlen. Katie versuchte sanft und leise mit Nolan zu sprechen, um das kleine Tier zu beruhigen. Sie hoffte, dass das Weinen aufhören würde. Aber es schien von Stunde zu Stunde schlimmer zu werden. Sie konnte Nolan nicht einfach dorthin zurückbringen, wo sie ihn gefunden hatte, nicht in diesem Zustand. Katie wusste, dass sie die Pflicht hatte, sich um das verletzliche kleine Wesen zu kümmern. Das Kätzchen aß sein Futter und trank das Wasser, aber es weinte weiter und selbst als sie es liebevoll in den Arm nahm, liefen immer noch Tränen über Nolans kleines Gesicht. Katie sehnte sich mehr als alles andere danach, sein Leid zu lindern, aber sie konnte nicht herausfinden, was ihm fehlte. Sie konnte sehen, dass es nicht verletzt war, zumindest nicht äußerlich. Also vermutete sie, dass das, was ihm so viel Schmerz bereitete, von innen kommen musste. Da er so klein war, fragte sie sich, ob er vielleicht seine Mutter oder seine Geschwister vermisste. Der arme kleine Nolan weinte die ganze Nacht. Als der Morgen graute, beschloss Katie zu dem Ort zurückzugehen, an dem sie ihn gefunden hatte. Vielleicht wollte Nolan ihr etwas sagen. Und sie würde vielleicht mit weiteren Kätzchen in den Armen nach Hause kommen. Aber der Busch war leer und kein Katzenfutter schien auszureichen, um ein anderes Kätzchen hervorzulocken. Katie hatte mit ihrer ersten Einschätzung recht gehabt. Nolan war ganz alleine auf der Welt. Seine Familie war verschwunden oder hatte sich irgendwo verirrt. Leider bedeutete das auch, dass er nicht aus Einsamkeit weinte, sondern dass es noch ein Problem zu lösen gab. Ratlos beschloss Katie, Nolan in eine Tierarztpraxis zu bringen, um professionellen Rat einzuholen. Sie hatte alles getan, was ihr einfiel. Es war sogar noch schlimmer geworden, denn das Fell um seine Augen war durch das viele Weinen wirklich verfilzt und nass geworden. Auch sein verzweifeltes Miauen zeigte, dass irgendetwas nicht stimmte. Bevor sie zur Tür hinausging, hatte Katie noch einen letzten Versuch. Sie probierte eine Weile mit ihm zu spielen, säuberte sogar sein verfilztes Fell und die nassen Augen, aber Nolan blieb in seinem traurigen Zustand. Die Tatsache, dass scheinbar nichts ihn beruhigen konnte, war für Katie schrecklich. Da sie jahrelang als Freiwillige in Tierheimen gearbeitet hatte, war sie es gewohnt, Tieren zu helfen und sie wieder gesund zu pflegen, aber es schien, als könnten all die Jahre harter Arbeit und Ausbildung Nolans Leiden nicht lindern. Die Fahrt zur Arztpraxis schien länger zu dauern als sonst. Jede Minute fühlte sich wie eine Ewigkeit an, während Nolans qualvolle Schreie Katies mitfühlendes Herz durchbohrten. Als sie ankamen, untersuchte der Tierarzt Nolan sorgfältig und beobachtete jede seiner Bewegungen und Reaktionen. Er führte alle möglichen Tests durch und stellte ein paar kleinere Probleme fest, die leicht zu beheben waren, aber als es um Nolans Augen ging und warum er weinte, hatte der Tierarzt eine Vermutung. Er machte einen kleinen Test und brachte Nolan für eine Weile in einen anderen Raum. Tatsächlich ließ das Weinen nach und das Kätzchen schien sich etwas wohler zu fühlen. Als er zu Katie zurückkehrte, nahm der Tierarzt sanft ihre zitternden Hände in die Hand und sprach leise. Sie schauten sich in die Augen und sprachen dann in beruhigendem Ton. Ich verstehe, warum deine Katze nicht aufhört zu weinen. Sie ist auf irgendetwas allergisch und das sind wahrscheinlich die Kosmetika, die du benutzt hast. Katie war verblüfft von dieser unvorstellbaren Enthüllung und ihre Gedanken überschlugen sich, um sich an mögliche Wechselwirkungen zwischen ihren Kosmetika und dem Kätzchen zu erinnern. Ihr wurde klar, dass sie vielleicht versehentlich Spuren ihres Make-ups auf Nolan übertragen hatte, als sie ihn in diesen schlaflosen Nächten an sich drückte. Sie hatte Make-up und Parfüm getragen, seit sie Nolan unter dem Busch entdeckt hatte. Und da hatte das Weinen begonnen. Jetzt begann alles einen Sinn zu ergeben und Katie fühlte sich plötzlich schuldig und schämte sich, dass sie das arme Kätzchen zum Weinen gebracht hatte. Zum Glück war der Tierarzt sehr verständnisvoll und versicherte ihr, dass sie auf keinen Fall von einer solchen Allergie wissen konnte. Er riet ihr, keine Kosmetika zu tragen, wenn sie mit der Katze zu tun hatte und eine saubere Umgebung für ihn zu schaffen. Katie nahm sich diesen Rat zu Herzen, änderte sofort ihren Tagesablauf, um den Bedürfnissen des Tierchens gerecht zu werden. Sie entsorgte gewissenhaft alle Kosmetikprodukte, die ihm schaden könnten und setzte sich mit ganzem Herzen dafür ein, ihm einen sicheren Raum zu bieten. Sie suchte sogar im Internet nach Kosmetika, die Nolans Allergie nicht auslösen würden und gab ein kleines Vermögen aus, um ihre Vorräte mit katzensicheren Produkten aufzufüllen. Schon wenige Stunden nach der Einführung dieser Änderung zeigten die einst traurigen Augen des Kätzchens erste Anzeichen einer Besserung, da die allergischen Reaktionen nachließen. Das unaufhörliche Miauen ließ allmählich nach, bis es schließlich verstummte. Dieser Abend war ein wichtiger Wendepunkt für Katie und Nolan. Als sie zusammen auf der Couch saßen, wurde die Bindung immer stärker. Er schmiegte sich ihren Schoß und fühlte sich vielleicht zum ersten Mal in seinem kurzen Leben sicher. Von diesem Moment an wurden sie zu unzertrennlichen Gefährten. Katie widmete sich nicht nur der Aufgabe, Nolan wieder gesund zu pflegen, sondern überschüttete ihn auch mit endloser Liebe und Zuneigung. Dank ihrer Geduld und ihres unermüdlichen Einsatzes konnte sie ihm ein Zuhause für immer geben. Im Laufe der Zeit wurde Katie Zeuge, wie nahtlos sich Nolan in ihr Leben einfügte und ihr Freude und Glück im Überfluss brachte. Sein unaufhörliches Weinen hatte sich in ein freudiges Schnurren verwandelt, dass Katie versicherte, dass sie an jenem schicksalshaften Tag die richtige Entscheidung getroffen hatte. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von dieser besonders bewegenden Geschichte? Was hättest du bei einem ausgesetzten Kätzchen getan? Und wie hättest du auf die schockierende Wahrheit reagiert, dass er allergisch auf die Kosmetiker war? Wie immer freuen wir uns, wenn du uns deine Meinung mitteilst. Unten in den Kommentaren.